Hans, wo immer, freut uns ganz besonders. Jetzt tut er nämlich nicht mehr jetzt, wenn er uns als Experte zur Seite stehen hat, da schlägt jetzt das Flying Pulse herzhöher, alle in der Luft. Ja, natürlich, wenn wir mit unserer großen Formation rausgehen, da schlägt unser allerherz der Flying Pulse und natürlich um einiges höher. Das freut uns immer, wenn man freiwillig mit dem Flugzeug oder nicht der Licht steht. Und dann haben wir hier noch eine kleine, die ist durchgeblieben, an hier zu finden unsere Highlights der starken Motoren, der so großen Maschinen und auch der Schuh. Das sind die Länge des Sternmotors von G28 Trojan. Ja, die B25 kommt jetzt rein, da bin ich eben in Kontakt immer auch mit der anderen Maschine, zumindest da ist der andere, der auch mit der anderen Maschine drauf ist. Und jetzt braucht man wirklich jetzt die Kraft, die sie auf dem B25 kommt, vielleicht bei dieser Maschine, dieser Disco wieder 20 Kilometer, oder? Ja. Ja. Das ist ja nicht gleich. Nein, das war wirklich so. Aber schön zu sehen, hier, im G25 gibt es so noch diese. Und jetzt wird das auch sehr schwer an der Maschine, diese ganze Kanäle zufrieden das Auto. Die ganze Beine, da sind die Kugel, die ist etwa 15.000 Kilo, also wenn man das ein Grund gibt, die sollte der Luft mit allen belastenden, die hier verliebt. Wenn man diese Maschine vor dem Vorgang sieht, das ist die B25, ist dann folgendermaßen an sogenannte Sprüche, um sich gegenseitig zu koordinieren. Jetzt werden Sie gleich hochziehen.